Willkommen zurück zur neuen Folge Minecraft, wir sind in der Folge 615 und wir sind auch dabei Steine wegzuschmeißen, genau, ne wir sind dabei hier jetzt diese Sachen zu anschließen bzw. wird ja hier ein, ja wie soll man es nennen, ein Weg quasi, eine eigene Abschallordnung. Automatik, sag ich mal, erstellt. So, das heißt wir sind hier genau hier zu Hause. Jetzt müssen wir nur gucken, wie wir da auch hinkommen, also wir werden tatsächlich die ganzen Wege an Redstone abbauen, die ich jetzt letzte Folge gebaut habe, aber wir werden auch dafür neue bauen, das heißt wir werden hier auch einmal sowas hinsetzen, das heißt wir werden hier mit Bricks und Fackeln, werden wir gucken, wie wir hinkommen. Das heißt wir müssen hier eine Fackel aktivieren. Genau und hier müssen wir, ne nicht den, sondern den wieder deaktivieren, genau und dann kommt hier wieder eine hin. Und ja, leider ist das halt nicht so ganz passend, ne, bei diesem Block. Wie machen wir das? Weil wir müssen im Prinzip diesen Block bepowern. So machen wir das. So und im übertriebenen Sinne so. Perfekt. So haben wir jetzt nämlich ein Eingangssignal hier oder an diesen Seiten. Das Ganze werden wir jetzt nochmal machen für die anderen Seiten. So, hier können wir uns wieder hochbauen. Und dann werden wir das Ganze einmal testen. Ähm, und zwar genau hier. Wir sind hier zu Hause. Wir brauchen kein Rotstein, sondern wir brauchen Bricks. Wir brauchen auch noch ein paar Fackeln. So. Das hätten wir gerade mal hier so einsetzen können. So, theoretisch müsste der jetzt auch aus sein. Würden mich nicht alles hier entsinnt. Jawohl, der ist aus. Perfekt. Das heißt, hier können wir auch nahe die wunderbaren Sahnen herausschieben. Hier können wir nochmal gerade ein bisschen Tafel raustun. Ja, die 6 können wir nochmal da rein tun. Und hier kommt die Schweine auch gerade rein. So, jetzt haben wir, warte mal, das Startpunkt von hier. Wo ist denn der Startpunkt, der hier die Energie ausgibt? Da, da, da. Ne, das ist der hier. Das heißt, im Prinzip sind wir hier. Ach, guck mal, hier ist ja schon dieser Weg. Ja, aber den werden wir natürlich mit Bricks und mit Fackeln. Werden wir den verschönern. So, das bedeutet einmal so. So. Und wir lassen alles in die Mitte nahe leiden. Also hier kommt eine Fackel hin, dann kommt hier eine Fackel hin. Dann können wir hier mit Steinen zu machen. Jetzt müsste aus sein. Genau, jetzt müsste der letzte... Ah, ne, der letzte... Ja, so, weil jetzt nämlich aus. Genau. Also, ja, ja, das ist der, gut. Das ist super der, das heißt, jetzt wird nur noch der letzte dran. Und zwar der hier. So, das bedeutet, wir sind einmal da. Und einmal da. Und einmal da. Und einmal da. Und einmal da. Das ist jetzt so komisch, weil es auseinanderliegt, das ist relativ normal, sag ich mal. Also, warte mal, wir können gerade hier die Fackeln setzen. Und zwar die Fackeln 1, der kann weg. 2, genau. Und hier, wir wollen hier Steine hinsetzen. So. Ne, Steine, Steine, Steine. So, jetzt haben wir quasi alle aktiviert, sodass wir die schon mal in Richtung ausschalten können. Das bedeutet, wir gehen hier runter und können jetzt eigentlich das Ganze hier abbauen. Genau. Den Weg können wir abbauen. Der fällt jetzt nämlich weg. Hier müssen wir mal ein bisschen ausleuchten, dass wir mal nochmal andere was anderes haben, sodass wir den hier auf jeden Fall neu machen können. Das heißt, das fällt weg. So, das fällt jetzt auch weg. Genau, das ist gar nicht so wild, weil das bleibt dann tatsächlich von hier ausgeschaltet. So, weg damit. Das bleibt. Der hier kommt auch weg. Dann müssen wir nur mal gucken, wie wir den so haben wir ein bisschen Dirt dabei. Ja, nur 8 Stück. Nur 8 Stück. Uh, so kann man sich hier ein bisschen vorboosten. So, jetzt haben wir nur noch keinen Platz mehr für Rotstein. Das heißt, wir bauen uns mal hier raus und schieben der ist an. Warum ist der an? Hier einfach mal ein paar Blöcke raus. So, ach, der ist an, weil, ja, 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 okay, das erklärt's. Dies erklärt's natürlich. So, jetzt haben wir hier natürlich. Das haben wir jetzt erklärt's. So, jetzt können wir das Ganze abbauen. Da ist eine Spinne gespawnt. Also doch noch zu dunkel. Hier, das ist unser Notausgang, genau. Und jetzt noch hier dieser letzte Weg hier. Der muss auch noch weg. So, hier haben wir natürlich, äh, genau, da passiert zum Glück nichts. Perfekt. Perfekt, perfekt, perfekt. Super, nehme ich mit. Aber wo ist es, also hier ist es auf jeden Fall zu dunkel. Hier ist es bestimmt zu dunkel. Hier ist es zu dunkel. Gibt es bestimmt auch. Und so, hier müssen wir jetzt natürlich dann sehen, dass wir, was haben wir denn hier, genau, hier mal Steine. Schmeißen wir mal kurz da rein. Dass wir quasi hier, der muss weg, viermal diese Technik da reinbauen. Aber, das machen wir in der nächsten Folge. Wenn es euch gefallen hat, dann lasst noch eine positive Bewertung da oder ein Abo. Und bis denn, ciao Leute. dass wir heute. Ja, das war es so.